Die internationale Presse überschlägt sich nahezu mit Lob für den Ferrari La Ferrari. Der stärkste Ferrari aller Zeiten definiert das Schaue der Hypersportler neu. Ferraris erster Hybrid leistet 963 PS und schickt maximal 900 Newtonmeter Drehmoment an die Hinterräder. 800 PS leistet alleine der 6,3 Liter V12 Motor, während abermals 163 PS mittels zwei Elektromotoren erzeugt werden. Damit ist ein 0 auf 100 Sprint in unter drei Sekunden und ein Topspeed von 350 kmh möglich. Über eine Million Euro wären fällig, falls man sich einen La Ferrari zulegen möchte. Dazu sollte man aber bereits fünf Ferraris besitzen und mit dem Ferrari-Boss Luca di Montezemolo perdu sein. Abgesehen davon sind ohnehin bereits alle 499 Stück verkauft.